moin moin und herzlich willkommen zu einer weiteren folge whatever wednesday heute wieder mit ja einer weiteren folge spacebase df9 mal gucken ob diesmal das jetzt endlich funktioniert was mein plan war mein märter kriegen wir jetzt gut rein aber okay sehr klar so hoffe dass das tatsächlich keine piraten sind und jetzt nicht die gleich rauskommen und über einen haufen ballern natürlich auch irgendwie lustig würde irgendwie gerade passen zu dem glück was letzte folge hatten mit dem sauerstoff dass dann irgendwie zwei leute verreckt sind wir dann alles nicht ganz so funktioniert hat wie gedacht kann sein dass das gleiche kann das ganze gleich wieder game over ist sofort objekt reaktor so konstrukt euch euch hier noch mal einen gang ran und würde ich an den gang wahrscheinlich hier so ein schlafzimmer ich habe halt keine ahnung gewusstet werden muss mach das Und ich erase Jetzt komme ich auch noch mal zu meinen, so Ich habe gar kein Problem Hier eine Tür, dann den anderen gleich auch noch Ich habe gar kein Problem Technischen Duty, ja Technischen Duty, ja, das Problem ist, ich habe keine Leute Also ich kann sagen, okay, mein Miner wird Technischen, aber das hilft ja auch nicht unbedingt Ich habe einfach zu wenig Leute Zwei Leuten ist halt schwierig, wenn einer die ganze Zeit am Bauen ist und der andere muss eigentlich Geld verdienen Mira Erdogan, okay, alles klar Ja gut, ähm Das hilft mir jetzt leider auch nicht das Derelict Ich muss gucken, dass ich irgendwie neue Leute rankriege Egal wie, komm Ich mache jetzt einfach mal auf Turbo Speed Ich meine, wenn die Leute sterben, es passiert halt dann Aber Eigentlich geht es soweit ganz gut Irgendwann müssen wir uns halt tatsächlich mal um Essen kümmern Aber Ja Ich brauche neue Leute, mit zwei Leuten ist halt Käse Weil prinzipiell finde ich die Base ganz gut aufgebaut Mit dem ersten nur das kleine Seatding Dann den Sauerstoff Dann R-Log direkt dran Ja gut, ich kann halt nichts machen, wa Warte Technischen muss eigentlich alles reparieren So, warte Dann, achso, warte Dann mache ich dich mal kurz zum Bilder Auch, dann kannst du nämlich helfen Dann geht es schneller Und danach Bist du wieder Oh Gott, die sind schon am verhungern Ach, natürlich, warte Äh Food Replik Kein Problem, baue ich euch da ein Food Replikator rein Ähm Okay Eigentlich sollten die sowas auf Prio haben Mit dem Food Replikator Legen die sich einfach nur noch hin Und verhungert Äh Ach, Mann Äh Ja Na gut Ähm 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 Alter Das ist doch Krake Hier alles Muss ich nochmal neu anfangen Ähm Okay, warte Construct Room Soll gerade mal ein bisschen größer sein als das Seedding Kein Problem Dann Kommt hier außen rum Ähm Dann Gang Äh, ja Wall So, dann kommt hier tatsächlich Floor einfach rein So, dann baue ich hier Wo ist die nächsten Asteroid da Okay Kommt hier das R-Log hin Und Hier Kommt dann Nee, warte Room Dann kommt hier der Mach ich da doch direkt hier rein Den Sauerstoffraum Und Warte Ähm Zack 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 Dann Go Gas Okay Ich baue hier in den Gang den Futurimplicator mit rein Äh Hier kommt Sauerstoff rein Hier kommt das R-Log rein Kann sein, dass der Gang hier schon wieder zu viel war Keine Ahnung So, bevor ich den Fehler mit dem Futurimplicator nochmal mache Ich glaube, das hier habe ich das Gefühl, ist ziemlich viel Learning by Doing gerade Oh, schade Warte Können wir Sagt Object Life Support Oxygen Ähm Kann ich den direkt schon Komm, mach ich das mal so Ist ja auch egal, wo der drinsteht theoretisch Okay Ähm Airlock SpaceSuitLog Als erstes AirlockDoor Confirm Und go Ähm Object Airlock AirlockDoor Zack Gut Object Orzons Door Sack Sack Und firm Um Uh-huh Okay Und mir ausnehme ich dich mit Ähm Fünf, okay Ähm Puts of Pause Object LifeSupport Weiter Oxygen Recycler direkt dahin Dann Construct Object Finary Matterrefiner Um Um Room Um Um So bist so ja das brauche ich alles noch nicht erstmal einer du wirst ein bilder dann brauche ich noch ein technician machst du technician dann habe ich aktuell drei bilder euch aber nicht dann machst du auch technician so viele technicians brauche ich eigentlich nicht bist du halt noch meiner und mein 1 let's go geben wasser refinery kein problem so jetzt wo ich das wetter ding habe baue ich da meinen generator raum hin dass ich genug power habe so jetzt läuft das schon mal besser ich krieg meta rein und in zwei minern sie war neu sie ist so super aber jetzt direkt zwei neue bekommen auch scheiben klein Okay, alles gut. Objekt, Reaktor, Reaktor, alles klar, let's go, Reaktor, Doktor, ähm, dann Roster, Doktor brauche ich direkt, ähm, gut, dann, auch wenn du es nicht gerne machst, du bist ein super krasser Doktor, also mach mal auf Doktor, bitte. So, Construct. So, dann bauen wir da mal bitte eine Tür rein, Jungs. Jo, nice. Okay, Power, komm, bau Power. Ja, bla bla bla, labert mehr, ist okay, kein Problem. Also die Base gefällt mir bisher. Nur warum? Was, äh, ich glaube, ich brauche keinen Doktor mehr. Oder? Healthy. Okay. 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 Ja, das Derelict kann mir gerade mal ziemlich egal sein, sorry. Warte, was? Die Power brauche ich dann bitte. Ja, alles klar. Ich habe ein bisschen was zu bauen, der Rest kann... Okay, ja, alles gut. Produziere 500. Und Power... Ich ziehe vielleicht 200. Los! Ja, kein Problem. Okay, baut da hinten mal weiter, ich kann nichts mehr machen. 133 von 1000. Power Draw 100. Power Output 186 von 1000. 133 von 1000. Warte mal, Output 1000? Okay, ich verstehe es halt. Oh, nein. Ein Raider Breachship, warte, warte, warte. Roster, Security, Security. Auf der zweiten Beine... ... 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 Okay, warte. Jetzt muss ich auch noch eine Brick bauen. Construct Den bauen wir hier in meinen Klast rein So, warte Jetzt bleibst du auf Security Duty Miner, du bist Der Builder Construct Confirm Weiß nicht, ob ein Food Replicator erstmal reicht Objekts Residenz Objekts 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 Mata. Mata. ob wir ganze objekt also uns mal gucken er könnte so kann ich denn hier kein objekt binary residents okay okay Verdammt. Jetzt ist einer gestorben von der Security. Da hinten bei dem Exploring-Ding da ist ein böser, böser Space-Pirat drin. Deswegen... Ja. Ja. Oh, komm. Wow. Objekt oder sonst. Ja, hat die scheiß Tür gefehlt, damit der Bauarbeiter da wieder rauskam. Wow. Richtig smart. Ja, okay. Komm schon. So, warte. Roster, habe ich denn irgendwann den Wen als Technician? Ja, habe ich. Okay. Der Technician muss das mal reparieren, oder? Okay. 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 So. Okay. So. Muss das ja jetzt mal jemanden abreißen, so langsam. Weil, es bringt nichts in Meta Refinery zu haben, ohne... Okay. So. Construct. Object. Refinery. Meta Refinery. Okay. 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 Construct. Objekt. Okay. Muss ich da eine neue Refinery reinbauen und dann sollte es gleich auch wieder losgehen. Ähm... Warum auch immer die hier oben mit Spacesuits rumfliegen, keine Ahnung. Irgendwo ist dann wohl ein Loch in meiner Hülle, ich habe keine Ahnung. Ah, jetzt kommt da wieder ein bisschen Cash rein. Ja, der muss doch jetzt der Technischen mal alles reparieren, oder nicht? So. Da kommt der zweite Reaktor hin. Ich weiß... Nun wieder nicht, sorry, was das Problem ist, warum hier alle rumrennen wie kopflos. Wo ist denn hier das Loch? Sehe ich nicht. Oh, warum mal die Pappnasen hier im Spacesuit rumlaufen. Wahrscheinlich, weil die Dinger damaged sind. Ich habe keine Ahnung, ich kann die Dinger in吸響en beklicken, wo ist das richtig besonders peux. ich hab doch jetzt ein oxygen recycler hier stehen warum sterben die denn alle ich verstehe das nicht ich hab hier doch ein oxygen recycler hier ist doch sauerstoff überall ich hab doch gerade geguckt hier ist doch auch kein kein halbricht gar nichts ja was da was machen wir jetzt wir rennen ja auch nur noch kopflos rum ich habe keine ahnung egal ich sage dankeschön fürs zuschauen ja ich glaube das war es auch erst mal mit space bestief nein bis dahin tschö tschö we are heroes tonight we will fly above the sky we are heroes tonight yeah yeah yeah